Musik Ich bin Markus Ramseier und singe eine Seitengründung vom Impuls Chor mit. Das Männergesangensemble Impuls ist in Nidfuhr in Glari Süd zu Hause. Wir haben 15 Sänger aus dem Canto Glaris, aus dem St. Gallischen und aus dem Zürich gebildet. Unser Repertoire geht von klassisch über Schlager bis zu spirituellen Kirchenmusik. Wir singen in verschiedenen Sprachen, zum Beispiel Georgisch. An unseren Konzerten sind wir ganz gerne junge Musikerinnen und Musiker dabei, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich an einem breiteren Publikum kennenzulernen. Sehr beliebt in der Glarner Bevölkerung sind unsere Adventskonzerte in der Kirche. Da singen wir vor allem wie nächtliche Lieder und Volksweise. Die Organisation für unsere Konzerte ist sehr aufwendig. Darum sind wir froh um die finanzielle Unterstützung von Swislows. Das war's. Das war's.